Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Burg. Wenn euch gefällt, setzt schon mal ein Like da und dann wünsche ich euch viel Spaß. Tiktok, weil ich wieder ein trauriges Tiktok habe, danke schön. Wir müssen das, äh, Tim war ein Foto hier weiterbauen, wir müssen kurz das Tor mal auszeichnen, wo wir das Tor hinbauen. Ja, ich mache ja auch noch ein bisschen. Uh, los, auf zu diesem Berg dahin. Nein, 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 der ist in Sichtweite, den bau ich nicht ab. Okay. Wenn irgendwo da im Wald und da bau ich nach. Nein, ich kann, ich kann, nein, ich kann euch wieder dorthin teleportieren, wo das andere war. Wau mal, t, slash, Hattie, mach bitte dann mal home dort, sonst, das ist sonst, sieh es mal. Da war doch gerade jemand online, der Nico und Dinos hieß. Er macht tpa. Mach bitte mal hier home, dass du dann immer herkommst, nicht. Oh mein Gott, das geht so smooth, oh mein Gott. Ich höre die schönen Minecraft-Sounds an, weil ich keinen Bock habe auf, äh, hinter, äh, weil ich keinen Bock habe auf irgendwie Musik nach. Oh, das ist so sexy, oh. Oh, mal, ey. Das ist super normal, gewöhnt dich schon mal dran. Ja, das ist, das ist, wenn wir... Wenn ich gar nicht in den nächsten Videos schon zu besprochen habe, Wie komisch ich das eigentlich finde. Über Sexualitäten, oder wie hat man das? Ja, haben wir. Ja, irgendwie, was gefühlt hätte hier alles ist, was es auf der Welt gibt. Was in deinem Wissen ist. Ja, in meinem Wissen, ne. So, komm, ich bin ein Brust ein, aber wir zurück hier. Mit bisschen mehr XP und ich guck mal her, war da. Ach Gott, wir müssen jetzt so viel Abfahrt, wir können so viel fahren. Oh, das ist so geil, ne. ja weiß ich immer mehr, aber wenn es Kass kaputt ist so geil ha, was, ja oh, das ist fast kaputt hä, ich hab die, die war doch so geil so geil so geil oh, nein, kein Hinten schön ja, wir sind in einem Video einem sehr normalen Video und du machst ein Video? ja, ich kann es halt schauen echt jetzt? ja sieht man, wie ich was mitbekommen äh, Tim, wie kommen wir das ich weiß, das Tor irgendwo hier hinbauen ich wollte hier kein so großes Tor hinbauen sondern eher ein kleines aber der Baum tut mir jetzt ein bisschen leid, ne dass er so in der Luft hängt jetzt ja, Tim, äh, wie kannst du ein Tor bauen, was auch immer hoch und runter geht weil du weißt doch, wo was geht es muss, es muss kein riesen Tor sein, dass 20.000 Blöcke nach oben und quer geht, ja würde gehen nein, 20.000 Blöcke nicht ob ich das Server aushält, ist wieder die Ansatzfrage nein, es wäre ein Tor von machen wir sechs Blöcken wie war es, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Blöcke und hier tun wir halt nichts auf 6x6, ne? ja, 6x6 irgendwie sowas oder völlig reichen, oder? es reicht doch, ne? das ist die Ebene ach, die, die die tun mich so irritieren ich dachte, ihr zieht die Mauer, also diese Mauer hier weiter herum nein, natürlich, es geht dann hier drüben noch lang ne, ich meine, ihr macht die hier weiter nach hinten, sodass, ach shit, ich bin mir nicht durch ich dachte, das wird so riesig und, dass wir hier hast du, hast, hörst du mir eigentlich zu? ja, aber als du erst gesagt hattest, dass wir die da hinten lang ziehen, dachte ich weiter nach hinten du hattest ja nicht hier gezeigt ja, es ist ja die zweite Mauer, was dann 20.000.000 Blöcke weit geht wo ein, fünf Milliarden Spieler rankpasst ich hab keine Blöcke mehr na, wir müssen einfach in den Ofen stecken was ist der Einzige? einfach im Ofen stecken, oh Mann ja, ich hab hier, ich hab hier, ich hab ein Stack, ich hab hier gegeben ob es ist, bis zu Gott äh, wie komm ich zu dir hoch, man? schlecht so, ja, mein Popo tut weh ja, muss so mal bisse, äh Popo Training machen hat die Brüche Luft gehen ja, bisse Brüche Luft ist egal hab ich es mal gemacht, tatsächlich oh Gott, Luft ist egal ja, ist so Luft ist egal Nein, ich bin gerne an der Luft, bis es ist überall für Training, Fahrradfahren, Mountainbiken und alles sowas. Nein. Oh, Training, oh Mann. Junge, das ist richtig gesund. Und dazu noch, das mache ich noch gerne. Es gibt noch was ich mir bisher erzählen kann im Video. Ja, ich habe mich für das Magnetfischen jetzt ein Magnet gekauft. Ah, cool. Ich habe auch schon öfter mal ausprobiert, bis es da noch nichts dran gewesen ist. Nach drei Mal ran, wer wohin wäre. Das ist eine Weiße Elstra, oder was? Was? Das ist eine Weiße Elstra, oder was? Nein, ich habe ja doch eine Elstra. Junge, danke, dass du dich verraten hast, wo wir wohnen. Junge, du weißt schon, wie weit die Weiße Elstra ist, ne? Ja, das weiß ich, aber trotzdem. Eine Elstra, ja, habe ich schon geworfen und dann noch eine Talsperre. Okay, ich habe fast kaputt. Ja, bitte, reparieren mit deinem. Ich glaube, das haben wir eh so mal im Video gesagt, oder so. Ich habe auch schon auf Elstra. Der Ali. Ja, das ist nicht an dem. Ja, ja. Schau mal, Tim. Nur ein paar Blöcke. Wie repariere ich die Schaufel? Mit Diamonds in, ich meine, Amboss. Du kannst die Schaufel craften und in Amboss legen, oder? Ja, mach einfach eine Schaufel. Ich brauche zehn Blöcke. Oh, gibts, äh, den... Oh, mach schlecht fix. Schlecht fix. Fix, mach schlecht fix, ist billig. Ich meine, es noch geht. Gibt's nicht, ja. Hä, schlecht. Fix. Fix. Doch, schlecht fix geht noch. Ja, okay, ich bin gerade im Kampf, deswegen geht's nicht. Wieso soll ich dir das geben, wenn ich das auch anders ausprobieren kann? Kannst du nicht reden, oder was? Ui. Ach, Sau, Alter. Hier. Hast du dein Mikro was gemacht, oder was? Hast du nicht? Wolltest du das Erde Ihnen geben, eins von beiden? Erde? Erde? Erde. Ach, nur die Schafe, mehlt nicht so viel, so tue ich euch wegmähen. So, Alter. Ich weiß nicht, wo ich XP bekomme, aber es geht so auf den Sack. Ich wusste gar nicht, dass es noch gibt, ich dachte, es war immer Slash Repair. Nein. Wer hat hier Müll hingeworfen? Tim, hier liegt mir. Ja, auch nicht anzusneaken. Da tue ich auch schon einzusneaken, ne? Ich weiß. Macht doch nichts. Ne, es macht doch nichts, aber... Weißt du, wie wir uns schon angesneakt haben? Ja, das ist ja auch was anderes. Das ist eigentlich nichts anderes, ich weiß, aber was denn? Wo sind denn der Pflanzenreste? Pflanzenreste sind hier. Okay, die Pflanzenreste. Ah, das ist so toll. Oh. Ach, jetzt muss ich... Ach, das ist... die Junge, die kommt hier... Ach, ne, ich will's mir keinen Wörterparen officiermal... weil sie noch gesperrt wird. Ich weiß nicht schon, ich menschle, ich glaub'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r' so ich weiß wie ich hätte jetzt hier mal wir müssen warten ich habe keine ich habe keine XP ich habe keine XP ich habe keine XP ich habe schon immer nebenbei noch einen Eisenofen durch bin ich raussehbar um ein bisschen Experience zu bekommen nebenbei Hühnchen einfach die sind von einer seite gesichert von der anderen könnt ihr einfach rein stürmen ne eigentlich wenn ich ein spiel nicht weil wir haben so kein Erdwahl wahl 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 Klock .. Wahl 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 W terrorism und das was verschoben werden soll wenn auch nicht ja Eisengitter genau weil es ist eine äh kannst du dich da betrunken ich probiere dich mal ein Schau ich hab bitte lieb das du hast ach wir müssen ja die Schafe und Pür ah ja die ganzen Schafe müssen auch beide weg transportiert werden alle weggeschlachtet hab ich schon Nein ich bin auch dagegen ich bring jetzt wir bringen das jetzt einfach wir kommen Mischgehege machen einfach mal ein also du hast gehört wir müssen jetzt eben ich müssen auch nicht Gehege machen oder wo ein Wunder können die auch Prozent schützen wenn wir nicht nur zwei neue Schafe finden und die dann halt wieder vermehren und so und dann ist es wichtig sein haben wir also das allein kann auch zwei Schafe so wegbringen weiß nicht mehr oder mehr macht es nicht mehr schon mal und dann ja ich mache es so lange als mein Klingel Schaub vor Ort machen ja das ist auf jeden Fall genug Wald weg ist scheiß Spinne Junge ich tu erstmal von jedem Tier erstmal hier welcher rein ja macht einfach zwei von jedem und dann fötet einfach den Rest und dann kann man das einfach wieder machen aber es ist nicht so stimmt die können züchten genau ja wir werden züchter hätte die Züchterin ich bin deswegen habe ich meinen den ihr seid freie Schafe ihr seid freie Schafe ihr seid freie Schafe ihr seid freie kommt alle raus so ich hab hier unten schon mein Gehege obwohl ihr abgeschlachtet werdet ihr werdet alle sterben ein Doppelbieter nein wir haben sie keinen Bock ja ja Schafe können wir abschlachten jetzt ich hab hier über den Zaun geboxt wie viel Schaden machst du oh Gott der tue die ganze XP wechseln wow 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 Löffel 10 nochmals ich brauche schon was also ab wenn wir einfach nicht mal erzählt so das hat nicht mal ein Löffel gebracht ich hab nicht hab konnte mich gar nicht genau ein Löffel hoch oh dieses Fix das hat aber eine Zeitangabe also und es kann man nur nach einer gewissen Zeit machen oh hier ist ein Hase Tim tust du den Hase auch wegkann zu transportieren das ist doch nicht wofür wir Hasen brauchen aber aber auch kaum ein Hase kann auch mit jeder Arme Hase das jetzt in die Stuttgart ohr die Kür gut wie gut wie gut wie der rosen Nase er hat praktisch im Zaun fester hat er dort ich brauche ich muss mal schauen und so welches nicht mehr als andere Leine muss man vorstellen in Zukunft Gott sei Dank die Doppel hat sich jetzt um die Strasse nicht aber auch auch ein Bild ist auch gut zum wie traurig die Nürnberg und so wie im Leben war kommt ich war jetzt was kommt Dr. Dr. Tutsi hallo ich hab ich im Loch eingemacht Tim Prozent so bis xp noch und dann hier zauern weg zauern muss weg die tiere müssen weg wir werden einfach weg getarger weg getarger deutsch ich könnte mir vorstellen nein schaffstuch bekommst du nicht weg wenn ich ehrlich bin ich esse privat zu Hause ich esse Fleisch aber eher relativ wenig ich höre ich auch nicht genau das leben einfach weil ich was neues zu essen ist aber ich esse weil ich relativ wenig ich bin nur so was alles rumfliegen was läuft der fernst wünschen kommt wenn kennengelernt wo du gehst auch mal weg sagt alles schön einmal bei einer hause fühlt sich alleine oder es ist ja egal da kann ich aber noch einen holen so jetzt kann ich die ganzen ah ne hier ist ja halt so äh so warte wir brauchen äh äh hast du Eisen haben wir noch wo Eisen hier drin oder wo ist ein Eisengitter oh geil Eisengitter äh ne ich hab grad sein ganzes Inventar aus hä wo bist du im Spawn ach Junge der Hohetorn irgendwas er hat grad sein ganzes Inventar ausgelernt muss ja schnell herkommen da ist doch was ja mach ich haha dann kommt der Fisk angestiegt Wolle ich hab keinen Platz hehehehe hautchaum hautchaum da schwickst du die Wolle weg natürlich hehehe Wolle hehehe die Melodie Errüstung mit allem oh der Fischer guck mal der Fisch ach man der schwickst dann den Fisch dann würd ich sagen was ihr an dieser Stelle wie ihr mit dem Video gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da schaut äh wer an und vorbei ist und in der Beschreibung und dann tschüss bis nächstes Mal tschau